Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut. Damit ihr weiterhin am Ball bleiben möchtet, haben wir ein paar coole Kombos für euch zusammengestellt. Ich hoffe es geht allen. Also wir gehen jetzt zum ersten Krombo, das stehen wir neben dem Polen, die linke Hände gestreckt hoch und wir machen den Winkel, den Bein abziehen, jetzt machen wir mit dem Bein noch einen Schritt und gehen wir schwachen vorwärts, landen wieder auf die Seite, schön aufstehen. Jetzt die nächste Übung ist mit dem linken Bein anfangen, wir machen zwei Schritte und gehen in den Bein rennen. Warte auf uns rauf und drehen, ziehen wir euch zwei Mal rauf, Hände nachrufen und ins Sitting on the Pole kommen. Setzen ein wenig seitlich, damit ihr es besser seht. Jetzt in den Bein strecken, nehmen die einen Kamm relativ tief oben an und die anderen einen mitten weg und dann durchdrucken, sind wir in den Leinbergs-Holstufen. Ziehen wir euch wieder rauf und schön aufstehen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen wir zum nächsten Krombo. Ich mache zwei Schritte und fange mit dem Messer an. Wir machen die Beine gestreckt, tun wir das Bein abstehen und kommen ins Schwammrückkreis. Ich lande, stehe auf und hänge das Bein wieder oben. Schritt, Schritt, rauf, rauf, mit der Scherblahme, raufkommen. Ihr macht den Schritt zurück, macht den Messer an und kommen gerade im ersten Overturn. Rauf, Bein einhänden. Ich hänge das Ertel ab. Dann gehen wir hoch, mit dem weh hinten. Schauen, dass ihr die Schultern schön anziehen, wie es direkt dort ist. Kommt ihn langsam abweiten. Bis er wieder oben ist. Wesen. Aufstehen. Wir kommen zu unserem nächsten Krombo. Für das gehen wir zum ersten Mal Greccia. Beine sind am Korn. Schauen, dass die Schultern vor dem Korn bleibt und gehen in die Kerzen. Jetzt mit gestrecktem Arten, wenn ihr rumkommen, dann sind wir in die Fleimussel. Jetzt haben wir einen Stoff an, wenn wir hier noch umsitzen sind. Dann können wir die Hände zunehmen und halten. Ansonsten freihändig. Das linke Bein, das hintere Bein strecken. Dann können wir die Hände zunehmen. Machen wir hier zwei Versionen. Einmal die. Einmal die. Jetzt schnell runterkommen. Schauen, dass ihr gerade in das Brett sind. Ihr könnt beide Beine strecken. Oder eins anwinkeln. Schauen, dass ihr schön langsam oberenommen seht. Und schnell gestoppt. Und schnell gestoppt. Und schnell gestoppt. Und schnell gestoppt. Wir können zum nächsten Kombi. Geht nachholen. Und geht in die Grecce. Und wieder heben. Einzelt ein. Zieht euch. Dann mit der Schultern hoch. Und geht in die Form. Die Hand wieder heben. Haufen ziehen. Und wir gehen direkt in die Beine. Lösen. Das passiert. Wir gehen wieder rettum. In die Roll. Dann mit der Hand abschleizen. Und dann abwenden. Wir hängen heute noch im Superman an. Für das können wir beide mal strecken. Dann die Knie kippen. Und lösen. Hier gibt es auch zwei Varianten. Ihr könnt das Bein anziehen. Oder gestreckt haben. Wir gehen wieder rettum. Das ist ein bisschen knifflig. Probieren es. Wieder ein Hero. Schön an. Und lösen. Time. Gut, wir haben jetzt unser nächster Kombo, für das gehen wir das erste Tretchen, Haken ins Kugeln, jetzt und das linke Bein gestreckt führen, die linken Hand geht in dieser Zeit an die Hüfte, die andere Bein gestreckt führen, das sind wir in Messervariante 1. Für die zweite Variante nehmen wir das zweite Bein ein paar Varianten ab, für die dritte Variante Bein auf dem Oben. Jetzt kommt ihr oben wieder ein bisschen klein ein, nehmen wir die andere Hand in die Mitte und die linken Hand hilft euch im Verstoßen. Nachher hochziehen, das hintere Bein und fordern, dass ihr im Fröschen sind. Jetzt einmal abdrehen, sind wir im Supergirl. Um zu retten zu kommen, geht die linke Hand wieder da inzwischen, das Bein schiebt und bitte, dass sie im Fröschen sind. Die Unterbein geht direkt hinten durch und dann sind wir im Hebel. Von da aus, langsam wir müssen. Mitnummer. 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 So, im letzten Combo fangen wir mit dem Kassel an. Hinterherheben, holen Schwung, drücken und hellen. Jetzt gehen wir mitmatchen. Haufen, drücken, Beine bei der Abstande, die Unterhand und die Unterhand und die Unterhand und die Unterhand. Und die zu drücken. Wir gehen mit dem Schwesterkrieg, dass er in den ersten drücken wird. Dann zu lösen, wieder hoch, dann wieder klären und die drücken. Jetzt gehen wir mit dem Baden-Klein, vom Baden-Klein, drücken und die Stange zu drehen. Mit dem anderen Bein einhalten und gehen in die Blinberg-Variante. Das werden wir lösen und ich gehe in die Schengen-Klein. Weiterheben und runter runterkommen. Und wir wünschen euch viel Spaß mit den Nieren.